Nun denn. ARK ARK! Ich komm nicht mal durch die Tür durch. Da steht noch einer an der Wand. Wollt die den einfach stehen lassen? Ja, ich hab ein paar Leute. Das sind einzelne Zombies. Wisst ihr wie traurig die dann sind? Warum sollen die die dann mutieren? Äh, das meint sind EMOS. EMOS. Was ist das denn schon wieder? Huch, ich komm nicht raus. Das hat doch hier schon wieder nichts Gutes zu bedeuten, dass da drei so eine Dinger sind. Das heißt, wir müssen die jetzt wieder alle nacheinander aktivieren, nehm ich mal an. Ähm, die sind ja mal schnell. Können wir denn erst runter? Oder zuletzt runter, würde ich sagen. Erst links. Sag einfach ne Richtung und nicht mehr irgendwo. Erst rechts, ganz rechts. Ich würd's da nehmen, wo ich grad... Okay, und dann rechts, oder was? Ja, lauf einfach vor. Wir folgen dir einfach. Ich hab ne Piepe zur Not. Aber hier waren wir doch schon mal. Erinnert ihr euch? Das ist das, wo wir für die Brücke aufladen sollten. Okay. Kommt die jetzt alle? Ich mach das Ding jetzt. Ich starte es, ich starte es. Ihr habt den schon. Jetzt nach oben. Wie nach oben. Oben links? Ja. Achso, wir wollen einfach ran. Okay. Okay, das Ding hier ist zu. Weil, ähm... Was? Verteidigen sie uns? Oder verteidigen sie den Generator? Oh gut. Ich lade gerade erst mal nach. Hm, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sollten ich vielleicht nach unten da, wo die Zombies herkommen? Ich weiß nicht. Sollten wir? Ah, hier geht's rein. Da, rechts von mir. Oh Scheiße. Ah, get it off. Get it off, get it off. Ja, ich versuch's. Oh Scheiße. Mann, 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 Mann. Ich geh jetzt hier rein. Anni! Geh nicht einfach. U-. Toll, Anni, verpüsst dich einfach. Sag mal, warum verpisst ihr euch alle? Ich bin doch so gut wie ihr wieder da! Ja, bei mir ein Charger hinterher rennt! Ja und hier ist ein Tank! Danke! Ich hab euch auch ganz lieb! Ja, Reloading! Ja, kommt doch zu mir! Was habt ihr denn alle? Der Charger? Tank! Hat der gerade zu mir gesagt, so Teichro des Bromance? Ach so! Ich müsste mich ja nicht heilen, aber ich glaub der Tank verprügelt mich gleich! Ja, dafür bist du, da bist du selbst durch! Tank-Fight- Was?! Zwei?! Was?! Also das find ich jetzt schon ein bisschen fief! Kann mal einer von euch irgendwas werfen? Irgendwo? Ja, ich mach... Scheiße! Das wär echt geil! Wir sollten das letzte Teil noch irgendwie finden und ansp... Hat das schon jemand? Scheiße! Ich mach schon, ich mach schon, ich mach schon! Die anderen da in der Dings töten irgendwie... So, jetzt fehlt mir noch einer! Aber irgendwie wird mir das nicht mehr angezeigt! Das heißt? Das müsste hier links von mir sein irgendwo! Also weit da oben aber! Oder? Mhm! Lasst mich euch zurück wieder! Das bin ich ja von euch schon gewöhnt! Ich weiß ja nicht mehr, wo ihr seid! Aber wir sind eigentlich alle am gleichen Ort! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! So! Wo lang geht's? Wo ist denn? Okay! Oh! Anni, war ich da oben? Oder? Pff! Das hätte jetzt eigentlich da hinten links sein müssen! Ja! Scheiße! Einfach mal auf Glück losrennen, ne? Halala! Oh Gott! Hallelah! Nach! Kill it! Kill it before you kill me! Gleich, gleich, gleich! Kill it before you lay... Scheiße! Guuut! Wo müssen wir jetzt... Jetzt links, ne? Ja, irgendwie... Äh ne, rechts von uns! Rechts! 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 Hä? Aber wo waren denn die Brücke? das unternehmen dann hat es doch noch etwas zu tun was da oben das drücken los so hoch alles ich kann nicht laufen er hat da unten ich habe das was okay ich geh da mal was wie jetzt was ich gehe aber ihr bleibt was auch mal passiert schon mal einer von denen oder wie ja nur der da vorne und wenn ich gehen okay gut dann auslos und das sind drei Tanks die werden alle hier oben bleiben sollen die kommen aber alle nach oben glaube ich ja aber das sind vier Tanks Counting kann ja wohl irgendwo nicht gewollt sein da unten liegt noch auf dem Boden kommt da muss ich einfach nur extrem schnell sein das ist übertrieben schon wieder hast du schon mal die letzte Mission oder was ich glaube wir müssen uns einfach nur bei allen die ganzen Generatoren einzeln ja ja und dann halt warten oder hattet ihr das für den nicht ne nochmal weil ich meine ich habe jetzt auch erst wieder bei dem Dinger gestartet Heavy wo das hier gerade angefangen hat da habe ich gestartet immer wieder glaube ich bin mir ganz sicher was meinst du denn die Aufnahme an sich meine ich egal ich meinte jetzt wie wir jetzt an die Sache naja alles sofort jeder also doch aufteilen sag das doch aber wirklich durchrennen wir müssen trotzdem versuchen halt sich nämlich wieder zusammen zu kommen ja jeder hat zu einem Ding hin und ich hab wieder das nehmen was ich vorher hatte weil ich war genau weiß wo das ist vorher einer geht links rechts mit ja aber das ist okay müssen wir uns nur halt vorher klar werden wer wo lang geht ich gehe rechts geh mit ja dann geht an die links haben wir es doch gut ich gehe rechts wenn ich mich da hinfinde weil es gerade nicht wie ich da hinfinde das war das ist nicht dein ernst das ist nicht gut das ist nicht gut hä wie komme ich denn zu dem Also, ich bin jetzt bei meinem angekommen. Ja, ich bin meinem auch, aber dann nehmen wir das gerade Zeit. Ja, aber ich würde sagen, wir warten noch, bis das losgeht. Also, bis sie noch bei ihrem ist und dann zusammen starten, weil dann geht es erst nicht los. Irgendeinem. Ich weiß nicht, bei welchem... Nein, 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 warte, wir machen die zusammen gleichzeitig. Ich bin jetzt bei dem hier unten, wo Janine gerade hinrennt. Ich weiß nicht, wie ich ganz rechts hinkomme. Dann wartet, 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 bleib da, wo du bist. Wir machen das zusammen gleichzeitig. Wo, wo? Und dann treffen wir uns bei der Brücke, ist das okay? Aber muss ich... Anni, es geht jetzt erstmal darum, dass wir nicht wissen... Ja, genau, da müsstest du eigentlich... Ja, weiter, weiter, weiter. Ist gut, und wie machen wir das jetzt? Na, alle auf 3E und dann gehen wir alle zurück zur Brücke, da wo sie runterkommt. Da verteidigen wir uns dann. Okay, Janine. Okay. Und ich bring noch einen Benzinkanister mit. 3, dann... 1, 2... Los, 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 los. Ich bring noch einen Benzinkanister mit. Ja, mach einfach, mach einfach. Und jetzt renn zurück. Hö, hö, ich bin schon da. Spast. Ach, verdammt. Und hier wird wahrscheinlich gleich alles herkommen. Leute, ihr habt ja noch auch was zu merken, oder? Ich hab noch was hingepackt, ja, ich hab noch eine Piepe. Ich hab noch was hingepackt, ja, ich hab noch mal gedrückt, warte, ich geh noch mal gucken. Du musst gedrückt halten. Oh, naja, hab ich ja eigentlich, aber... Luis, geh mit, komm. Naja, hier drin sollte er erstmal nix passieren. Hier. Das war wahrscheinlich kurz vorm Maximum. Er geht down. So, gut, sie kommt. Ja, 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 ja. Gönnt sich da gerade auch ein Hellpack. Ich renne hoch und aktiviere den Schalter und ihr bleibt hier unten und verteilt mich dann? Na, wenn das dann irgendwann mal kommt. Ja, ich will das mal. Ja, 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 aber jemand sollte sich dann auch langsam dann auf den Weg wieder zu dem Generator dann stellen. Bevor du das dann machst, meine ich. Oh, gut. Soll ich die nächste schon werfen? Ja. Ja. Keine schlechte, dann. Oh, ich hab dich heilen, ne? Das ist ein Handball. Das ist ein Handball, ne? Der lebt noch. Ne, jetzt ist es aber. Anstatt nicht, dass er tot war. Es kam bei mir keine Meldung. So, hört sich gut an oder auch nicht? Das hat sich ganz beschissen. Ich glaub, dieses Mal haben wir ein bisschen schlauer gemacht. Da oben. Der sagt schon wieder. Dann geht das hier weit, weit los. Oh. Oh. Incoming. Ich bin mit Kotzung. Ah. Ich werd nicht hingehen. Oh, scheiße. Oh, okay. Gut, danke, Luis. Ja. Warum geht das hier nicht? Oh. Toll. Fack, 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 fack. Okay. Trotzdem hört sich das Verschissen-Tank mich sich an. Oh, da hinten da oben. Toll. Und warum passiert denn das nicht? Ich hab keine Munizum mehr hierfür. Warum passiert denn hier nicht? Hat das beim letzten Mal auch so lange gedauert? Ja. Wichtig? Ja, ja. Oh, Luis ist weg. Ah, der hat Kotze. Die haben Kotze, die haben Kotze. Da oben ist ein Hunter. Ja, ja, fack. Okay, nicht weg. Doch. Scheiße, das ist bitter. Und irgendwie treff ich den nicht. So schön. Und da kommt auch schon wieder ein Hunter. Ja, der war gerade... Gut, sehr gut. Kein Hunter mit mir. Sag mal. Kann auch... So, was ist das? Ich meine, es leuchtet ja auch keins mehr auf. Und was macht los da unten? Ja, also die erst mal verteil... äh, verbanden hat er sich hier erst mal... Oh, sag nicht, der ist... Oh! Was? Das kann ich ein bisschen nicht erwarten. Scheiße. Und auf unserem Besten sitzt jemand drauf. Ja, ja, ich bin so. Gut, wir haben den Tank noch erledigt. Ach ja. Der schritt ja immer noch und der ist schon fertig. Jetzt! Ich gehe gerade los, ne? Gut, äh, Luis geht's. Ich mach wieder links, dann... Ich geh schon da hin. Verteil ich mich hier bitte. Hm, ammo. Warten Sie, bis alle bereit sind. Ihr wisst schon, dass ihr auf die Brücke kommen müsst. Scheiße, ernsthaft. Ja, klar. Was machst du eigentlich da hinten? Wir müssen nur den hier vorne anstellen. J.J.? Ja, ja. Nee, da war ein... Der war ein, ähm... Smoke war das Licht. So, warten, bis alle bereit sind. I'm reloading. Ja. Ich bin da schon weit. Ach stimmt, da war ja was. Nein, dass du gleich so ist. Charter? Ich geh wieder runter. Scheiße! Ich will hier oben bleiben. Ich geh runter. Ich bin einem nicht aus Versehen runtergefallen. Bitte haltet mir den Weg irgendwie frei, so gut wie's geht. Ja. Oh! Höchste Opfer. Du hast dich geopfert. Anni! Wow. Du hast ja geplant, dass ich einfach nur... Ja, ja. Oh, Anni. Ich bin auch so runtergefallen, deswegen hab ich das einfach voll übernommen. Aber ich meine, ich halt mich. Deswegen heißt es... Das ist auch... Das heißt, ich werde nie wieder mitspielen. Das ist okay. Ist ja eigentlich auch ziemlich cool, ne? Ist ja episch. Ich bin auch wieder runtergetötet, wie du. Spielt man nicht auf. Und boom, hab ich auch getötet und... Smoker und... Oh, ist das gut. Oh, ist das gut. Oh, ist das nicht? Ich hab am wenigsten Schaden erlitten. Warum nur? Hat am wenigsten Geverbindete gebraucht. Oh, ich bin gut. Ach ja. An Gedenken waren 1375 Zombies. Und Anni. Natürlich. Ja, zum nächsten Teil mit dabei vermutlich. Nein, die ist echt raus? Verarsch mich nicht. Ist schon bitter, ne? Hä? Aber irgendwer muss dann doch... Wenn man zu viert spielt, muss doch irgendwer... Ist doch noch da. Ist doch noch da. Ich konnte sie wieder auswählen. Aber trotzdem, ich meine ja nur... Erstmal so Charakter weg. Können wir jetzt eine Pause machen? Meine Mutti kommt gleich. Okay, wir machen eine Pause hier.